Guten Tag, ich bin der Burkhardt-Zombuch, MA, Sozialarbeiter, auch bekannt als Bukton-Bloch oder eben als der Faunze-Sozialarbeiter in Deutschland, alias Captain Lazy. Ich kann nicht singen, meine Stimme ist dauerhaft angeschlagen und ich habe zwar viele Instrumente, bin aber völlig unmusikalisch dazu gekommen, dass ich Rapmusik eigentlich nicht leiden kann. Ja, und da ist mir heute Morgen, als ich wach wurde, um 15.10 Uhr, die Idee gekommen, dass das auch eigentlich ideale Voraussetzungen sind, mal einen Rap-Song zu schreiben und zum Messen zu geben. Und der heißt Captain Lazy Number One. Ich bin der Captain Lazy, ich bin Sozialarbeiter und ich helfe hier gerne, gerne, gerne Meister. Äh, doch, das darf ich nicht, die haben nicht verjagt, wie einen Hund vom Hof. Und ich sag euch ganz ehrlich, mit den anderen Brust, die gaben mir die Sonne Kohle, seit vielen Jahren schon. Und ich sag euch ehrlich, das ist doch heute der Hohn. Ich bin der Captain Lazy, ich bin Sozialarbeiter und ich helfe hier gerne, 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 Meister. Das sind jetzt schon neun Jahre und das ist euer Geld. Der öffentliche Dienst, der hat es voll verpennt. Zu Hause sitzen soll ich still, ehrenamtlich nicht verraten. Euer Steuergeld vom Karten. Das ist neutraler Overskill. Ich bin der Captain Lazy, ich bin Sozialarbeiter und ich helfe hier gerne, 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 Meister. Ich soll die Schnauze halten, sie tun mich nur verwalten. Das tut mich innervieren. Lass uns jetzt protestieren. Ich bin der Captain Lazy, ich bin Sozialarbeiter und ich helfe hier gerne, 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 Meister. Wer mich unterstützen möchte, um den Song zu verbessern für Instagram und TikTok, lass dich gerne bei mir melden. Ich würde mich freuen. Vielen Dank. Vielen Dank.